Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Mein Name ist Dr.Skill. Wir sind... So, der redet mit uns. Äh, in einer neuen Folge. Ich wusste leider nicht, wo ich das letzte Mal gespeichert habe und die haben uns noch nicht gesehen. Deswegen bin ich mal kurz hierher geflogen. Ich weiß nicht, wo wir in der letzten Folge genau stehen geblieben sind. Oh, halb so wild. Schauen wir mal. Ich werde die hier kurz wegmachen. Macht der ja ganz gut. Da haben wir sie beide weg. Tipptopp. Das war ja mein Team. So. Ich bin wieder in Deckung. Schon gemein von denen. Ich habe noch eine, die zu erledigen. Ich habe noch eine, die zu erledigen. Okay. Let's go. So, hier geht's los, ha. Ich bin irritiert. Was ist das Grüne? Ich habe noch eine, die zu erledigen. Okay. Let's go. Machen wir mal die Geschichte weiter. Wir müssen ihn vor Obi-Wan finden. Du meine Güte! Ich habe angeordnet, dass mein Schiff zum Abflug vorbereitet wird. Wir müssen sofort zum Landeplatz gehen. Wenn das, was Meister Kenobi sagt, wahr ist... So. Gespräch unterbrochen. Wir sind Partner aber schwanger. Na gut, sieht man. Irgendwo. Vielleicht nur im frühen Stadium. Da haben wir vielleicht irgendwie... eine charakterliche dufe Einstrengung. Wird ja sein können. Wenn wir so im 9. Monat wären, glaube ich würden wir jetzt hier nicht so... hin und her springen. Das machen wir keine. Hier ist doch Doppelsprung oder sowas. Im 9. Monat stelle ich mir das schon ein bisschen schwieriger vor. So. In dem Sinne. Landeplattform Nord. Geht aber doch noch rein. Einfach mal halt das noch da hin. Gibt es noch nachdem? Einfach mal halt das noch da hin. Und wir aus weiter vielleicht. Kannst du losgehen? Ich hoffe, ihr findet, was ihr seht. Wir sind noch schon da. Du bist dann nämlich hier direkt die Nachbar-Dingens an. Praktisch. So, naja. 60 Meter gespart. So, let's go. Mit Kuchen, cool. Nicht schlecht. Wo müssen wir denn hin? Ist hier irgendwie ein... Und das tut. Oh, da ist sie, oh Gott. Ach so, ja macht Sinn. Da müssen wir ja auch noch hinreißen. Wenn wir dann nur im Weltraum sind, das hilft uns noch nicht so viel. Absolut richtig, aber ich finde wir haben einen coolen Jet. Also der wirkt ganz... sehr. Auch so, jetzt kommt da was ab. Das ist definitiv Mustafa. Aber, wo könnte Meister Anakin sein? Sieht schon sehr komisch aus. So. Machen wir mal ein bisschen hier weiter. Links, rechts. Wird wenigstens spannender. So. Vielleicht sind wir da. So. Da sind wir ja. Let's go. So. Ich gehe da schon zueinander an Fluglein. Sehr interessant. Ich habe mich der Separatisten angenommen, mein Meister. So ist es nun vollbracht. Warum bist du hergekommen? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Obi-Wan sagt, du hast dich der dunklen Seite zugewandt. Ich habe der Republik Frieden gebracht. Gemeinsam können wir, du und ich über die Galaxis herrschen. Obi-Wan hatte recht. Du hast dich verändert. Dieser Jedi hat sich gegen mich gewandt. Wende du dich nicht auch gegen mich. Wenn ihr nicht auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Feind! Hm. Nur ein Sith kennt nichts als Extreme. Ich werde tun, was ich tun muss. Dann versucht es! Meister Kenobi, hilf mir! Wie könnten wir eine Jedi mitten in einer Schlappe? Schauen wir mal. Das machen wir eigentlich ganz gut. Ah ok, dass ich mich still aber nicht machen kann. Ich glaube daneben. Jaaa, das muss ich jetzt tun. Machen wir mal kurz die 2 hin. Weiß nicht, ob uns das bringt. Und? Achso. Ah, jetzt müssen wir weiter. Oh. 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 ich muss mal kurz luft holen so kann er wahrscheinlich wenn er da ist jetzt angehört was soll das denn machen ne und Ach, der Arterling. Ah, cool. Cooles Level. Cooles Level. Cooles Level. Ich halte jetzt nicht so gut an. Ich muss schauen, dass wir regenerieren ein bisschen. Ah, okay. Na gut, er macht das gleiche wie wir. hoffentlich weg okay so mit dem Brunogramm da ja achso Moment wo ist denn das? ah so na gut auch nicht schlecht Meister Kenobi wir müssen gut aufhalten und zu Miss Padme zurückkehren natürlich gehen wir und finden die manuelle Überbrückung ähm so hat aber irgendwie mehr Geschick gefordert oh und die Richtung ich glaube nicht, dass diese Einrichtung eine Sicherheitsprüfung bestehen würde die Jedi haben mich verraten sie haben die Republik verraten sie haben es verkündet du hast diesen dunklen Nord gestattet dich zu manipulieren okay okay also ich häng hier fest also ich häng hier fest also ich habe der Fall spannende Freiheit auf jeden Fall Ja... Geht ja auch immer weiter, aber... Oh ne... Ja, da kommt gleich was... Oh... Alter, da kann man nicht anfangen... Oh ja, das war ein guter Stube... Okay... Ich hätte wissen müssen, dass diejenigen die Herrschaft übernehmen wollen! Nein, das Blaue über uns! Das Blaue über uns! Ich springe! Oh man... Ah... Okay... Na dann... So, dann mal hier mal kurz hoch... Das wirkt hier sehr spannend... So... Weiter hoch... Guckt so, als würde der Turm grad gut schmelzen... Ziemlich... Hä? Geht relativ... So... und bevor wir da jetzt... Oh... Hochgehen wollte ich sagen... Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen... Schaut euch auch gerne in der nächsten Folge wieder ein... Bis dahin! Ciao, ciao!